Gibt's überhaupt noch richtige Männer? Ich würde so gerne ein Kind haben, weißt du? Bald werde ich 40. Meine Eierstöcke sehen wie Dorpflaumen aus. Werden wir ohne sie eigentlich glücklicher dran sein? Du wirst dir Männer schnappen, die dir wieder in die Augen schauen und nicht nur auf den Hintern. Die tanzen können, die Grip's haben und die ins Kunstmuseum gehen und Liebesfilme mögen und nicht nur dauernd über Steinwolle reden.